Ich glaube für heute reicht Hast du schon oft durchgeschaut? Wir schließen Am besten hast du zu Hause, dann gehst du jetzt heim So, herzlich willkommen meine Lieben zu einem neuen Let's Play Es handelt sich um ein Beta-Projekt Und zwar von der THD Man kann es über Crowdfunding unterstützen Und wir checken das Ganze jetzt erstmal ein bisschen aus Rechts unten sehen wir die Ausdauerleistung Wir versuchen mal zu sprinten Das funktioniert mäßig Okay Okay Der hat eine Ausdauer wie ein Nacktmull, der Typ Wir haben noch eine Minute 20 Und ich glaube links oben wird uns das Ziel angezeigt Noch knapp 400 Meter, das wird eine enge Küste So, mal schauen Entschuldigung, Entschuldigung Ja, ich gehe dann wieder Ich gehe dann wieder Ich versuche hier Nein, nein, ich springe Hier, ja, nein Nein, ich springe Nein Oh nein Ähm Ah, eine Alpha Wand, schön Ähm, okay Wir versuchen Wir versuchen uns mal ein Behilfsmittel zu suchen Da vorne ist, glaube ich Ich glaube das Fahrrad Das könnten wir knacken Das könnten wir knacken Lass uns, lass uns mal da ganz geschmeidig Ich glaube mit C kann man schleichen Ja, genau Lass uns mal in den Stealth-Modus wechseln Und dann zeigen wir, was wir können Oh Gott, ist der langsam Das wird überhaupt nichts Wir haben noch 40 Sekunden Okay, los Ohne Minigame Passt Ist mir auch recht Was machst denn du da? Was, der Der gehört das Fahrrad Ich bitte die Finger für mein Fahrrad nehmen Was ist denn los mit dir? Ähm Entschuldigung Ah, wir haben Antwortmöglichkeiten Okay, tut mir leid Was ist dein Problem? Hallo Ich wollte es kaufen Ich habe mir die Frage gestellt Wolltest du gerade mein Fahrrad kaufen? Okay, wir gehen erst mal den Kolantenweg Sorry, sorry, okay Alles gut Sehr schön So Irgendwas anderes Sag mal ein bisschen bescheuert bist du schon, oder? Ja, jetzt reg dich doch nicht so künstlich auf, oder? Okay Was, 10 Sekunden? Geh mal zu dem Auto Bitte mach irgendwas Bitte mach irgendwas Er hat auch keine Ausdauer zugenommen Das gibt's nicht Wahnsinn Wahnsinn, der Kerl Ohne Witz Supergeil Ich bitte hier